Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Vielen Dank an Christian Köberl, der sich wieder Zeit genommen hat, an der Universität Wien seine Reihe Planetare Geologie zu betreuen, Fragen zu beantworten, die ja bei uns auf der Webseite gestellt wurden. Und da geht es heute um innere Planeten, also Merkur und Venus. Zum Beispiel ist hier die Frage aufgetaucht, ja könnte der Merkur der Kern, der übrig gebliebene Kern eines Gasriesen sein und der Rest irgendwie hier verblasen worden sein im Sonnensystem. Oder wie würde überhaupt so ein Flug konkret vonstatten gehen in das innere Sonnensystem? Also, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Die Frage ist, wenn ich beim Merkur das richtig verstanden habe, ist die Rotationsachse fast senkrecht zur Bahn, greift da die Kupplung zwischen Umlaufperiode und Rotationsdauer noch? Und die zweite Frage bezieht sich auf die letzte Grafik, die ich gezeigt habe, die hier noch einmal dasteht, müsste der Pfeil zur Sonne nicht senkrecht sein, samt allen Folgen zur Ablegung des Sonnenplasmastroms? Naja, das erste ist, die Rotationsachse, wohin die genau zeigt, ob die jetzt genau senkrecht oder fast senkrecht oder 10 Grad oder 20 Grad weg ist, hat eigentlich auf die Kupplung zwischen Rotationsperiode und Umlaufzeit keinen Einfluss. Es handelt sich hier ja, ich glaube, die Frage geht darin, wenn es senkrecht steht, gibt es da überhaupt noch etwas, woran im Wesentlichen hier die Gezeiten der Sonne auch ziehen können? Es ist ja so, dass, wie auch beim Mond, diese Planeten alle in nicht ganz kreisförmigen Bahnen, sondern elliptischen Bahnen drin sind, wobei die Rotationsperioden immer gleichförmig sind, während die Umlaufperioden aufgrund der Keplerischen Gesetze, wenn ich in der Nähe der Sonne bin, bewegt sich der Planeten ein bisschen schneller, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ein bisschen langsamer, kommt es ja zu diesen leichten Übereinstimmungen zwischen der Rotation und der Position zur Sonne. Das heißt, in dem Fall sieht die Sonne doch leicht unterschiedliche Bereiche der Oberfläche des Planeten. Beim Mond führt es dazu, man nennt es ja die Liberation, dass nicht 50 Prozent, sondern 60 Prozent der Oberfläche von der Erde aus gesehen werden können. Und das ist so ähnlich bei den anderen Objekten auch. Es gibt diese zusätzlichen Kräfte, die hier mit hineinkommen. Und es werden tatsächlich die Wechselwirkungen geringer, wenn es ganz senkrecht steht, aber nicht null. Das heißt, das hat doch einen Einfluss. Und es dauert halt, wir haben ja viereinhalb Milliarden Jahre Zeit im Wesentlichen, seit der Entstehung des Sonnensystems. Und zum zweiten Teil, naja, das ist die Bahn des Merkur, die wäre praktisch in dieser Ebene hier, geht um die Sonne und rotieren tut er fast senkrecht zu dieser Bahn hier. Das heißt, ich habe jetzt hier die Rotation und so geht er um die Sonne. Das heißt, natürlich schon ist die Sonne in dieser Richtung und nicht in dieser Richtung. Sonst wäre es wie beim Uranus, wo die Rotationsachse in der Bahnebene ist. Aber die Bahnebene hätten wir ja hier. Und daher ist natürlich auch durch das Magnetfeld, das praktisch fast gleich orientiert ist, wie die Rotationsachse. Da gibt es relativ wenig Unterschied. Gehen auch die Magnetfeldlinien, so wie sie hier gezeichnet sind. Also das Diagramm stimmt schon. Eine Doppelfrage, oder zwei verschiedene Fragen eigentlich, die ich hier zusammengefasst habe. Warum behält die Venus eigentlich ihre Atmosphäre? Müsste sie nicht ohne Magnetfeld vom Sonnenwind davongetragen werden? Und die zweite Frage, ist es möglich, dass der Merkur eine so hohe Dichter aufweist, weil er der ehemalige feste Kern eines frühen Gasplaneten gewesen ist? Ein Gasplanet, der seine Gase an die Sonne verlor hat. So etwas Ähnliches, wie man es ja auch von manchen Exoplaneten vielleicht kennen würde. Zur ersten Frage, dass ein Planet eine Atmosphäre besitzt, hängt nicht wirklich mit dem Magnetfeld eines Planeten zusammen, sondern eigentlich praktisch nur mit der Anziehungskraft und mit dem, was aus dem Planeten herauskommt. Kleine Körper, wie zum Beispiel unser Erdmond, haben deswegen keine Atmosphäre, weil sie zu klein sind um die Atmosphäre halten zu können. Und auch die Erde verliert dauernd ein bisschen was von ihren Gasen in den Weltraum. Und da hängt es jetzt davon ab, wie schwer oder leicht flüchtig sind diese Gase. Das heißt, ist es ein leichtes Gas, wie zum Beispiel Wasserstoff, oder ist es ein schweres Gas, wie zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid. Und je größer der Planet wird, desto leichter hält der Planet aufgrund seiner Anziehungskraft die Gase zusammen. Der Mars nimmt man ja an und kann das auch ableiten aus der geologischen Beobachtung an der Mars-Oberfläche, hatte früher einmal eine viel dichtere Atmosphäre, aber, weil er nur halb so groß ist vom Durchmesser wie die Erde, hat er auch eine viel geringere Anziehungskraft, kann daher zumindest über Jahrmilliarden hinweg nicht die Gase so bei sich behalten. Bei der Venus, die Venus ist fast gleich groß und hat fast die gleiche Masse wie die Erde, ist es so, dass es ja hauptsächlich sehr schwere Gase sind, wie zum Beispiel Kohlendioxid, die Venusatmosphäre besteht so 96% aus Kohlendioxid, dort gehalten sind. Wie gesagt, auch die Erde verliert zum Beispiel Wasserstoff. Der Wasserstoff ist das leichteste aller Gase und bei der Erde, wenn Wasserdampf in die Atmosphäre geht, dann wird es in der oberen Erdatmosphäre oft durch Wechselwirkung mit der kosmischen Strahlung zerlegt in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Sauerstoff ist schwer genug, dass die Anziehungskraft der Erde ihn behalten kann, der Wasserstoff ist aber so leicht, dass er einen Weltraum entweicht. Und so verliert die Erde im Laufe der Zeit vor allem Wasserstoff und andere sehr leichte Gase. und die schweren Gase bleiben zurück. Aber natürlich verliert auch die Erde über viele Jahrmilliarden ein bisschen was von ihrer Atmosphäre. Beim Mars aufgrund der kleinen Massen, also der geringeren Anziehungskraft, der Mars hat schon viel mehr verloren als die Erde oder die Venus. Der Sonnenwind spielt hier eigentlich fast überhaupt keine Rolle, weil die Gase des Sonnenwindes, die sind so dünn im Vergleich mit dem, was eine Planetenatmosphäre ausmacht, dass die Wechselwirkung fast irrelevant ist, auch über lange Zeiträume hinweg. Die andere Frage hier, kann der Merkur einfach eine so hohe Dichte aufweisen, weil er vielleicht einmal ein Kern eines Gasplaneten war? Nein, unmöglich ist es nicht, aber es ist nicht die einfachste mögliche Antwort. Die viel einfachere Antwort ist, es war einfach ein Planet wie Mars oder Erde, der durch Zusammenstöße, es gab ja früher viele Zusammenstöße im jungen Sonnensystem, weil es einfach viel mehr Körper noch gegeben hat, bevor sich die alle arrangiert haben untereinander, dass es zu einer Kollision gekommen ist und da kann man halt ausrechnen, dass dann möglicherweise gerade der äußere Bereich der leichteren Gesteinskomponenten weggeschleudert wurde, also nicht nur Gase, wäre da noch Gas drum gewesen, müsste man ja auch die leichteren Gesteine loswerden, das heißt, da hätte ich einen Gasplaneten gehabt, hat der einerseits den Eisenkern, dann aber allerdings die leichteren Gesteinskomponenten und dann das Gas rundherum. Da müsste ich also beides loswerden, die leichten Gesteinskomponenten und das Gas und das ist komplizierter als nur die leichte Gesteinskomponente loszuwerden, abgesehen davon passt der Merkur dann nicht in die Sequenz der anderen inneren terrestrischen oder erdähnlichen Planeten hinein, wie eben Merkur, Venus, Erde, Mars. Wir haben im Gegensatz zu manchen Exoplanetensystemen, sind bei uns die Gasplaneten eben draußen und nicht drinnen. Hängt auch mit der Sonne zusammen, hängt mit der Entwicklung zusammen, also da gibt es viele andere Komponenten, die man hier berücksichtigen muss. Aber es gibt das berühmte Ockham's Rasiermesser, Ockham's Razor, das in der Wissenschaft oft herangezogen würde, das besagt einfach, dass man, wenn es mehrere Hypothesen gibt, sollte man zuerst die einfachste davon verwenden und so ist das hier auch. Also die einfachere Hypothese ist, es hat nur Gesteinskomponenten und nicht noch zusätzlich Gas gegeben, dass wir los werden müssen. Dann eine andere Frage war, wie ist das mit dem Flug ins innere Sonnensystem? Was ist mit der Impulsehaltung, wenn ich nach innen fliege, wird die Umlaufgeschwindigkeit höher und muss bremsen, um der Sonne nahe zu kommen? Naja, nicht wirklich, denn wir kommen wieder einmal zu den Kepler'schen Gesetzen, die kommen schon sehr oft vor, aber sind sehr wichtig bei der Bewegung der Planeten. erstens ein Planet, wenn der in Sonnennähe sich bewegt, dann bewegt er sich in der Bahn viel schneller, als wenn er weiter weg ist. Also die Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet, ist hier exzessiv dargestellt, überstreicht, sagt man, in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Diese Fläche ist gleich dieser Fläche, das heißt, da bewegt sich während dieser gleichen Zeit der Planet von hier nach hier, hier aber von hier nach hier, also viel schneller in der Bahn. Wenn ich zwei Planeten habe, zum Beispiel eben im Inneren der Merkur und dann kommt die Venus und dann kommt die Erde, dann braucht der Merkur nur 88 Tage um die Sonne, während die Erde ja 365 Tage um die Sonne bewegt. Das heißt, das bewegt sich viel schneller als hier außen. Das heißt, um von hier nach hierher zum Merkur zu kommen, muss ich nicht bremsen, sondern beschleunigen. Weil der Merkur bewegt sich mit jetzt ungefähr 50 Kilometer pro Sekunde in seiner Bahn, die Erde aber nur mit 30 Kilometer pro Sekunde in der Bahn. Das heißt, um hier hinein zu kommen ins innere Sonnensystem, muss ich diese 20 Kilometer dazugeben pro Sekunde. weil meine Raumsonde muss sich ja dann auch mit dieser Geschwindigkeit bewegen. Hier mit 30 Kilometer pro Sekunde, hier muss ich die Raumsonde mit 50 Kilometer pro Sekunde bewegen. Das heißt, ich muss beschleunigen. Das ist vielleicht intuitiv nicht ganz leicht zu verstehen, aber wenn man sich die Kepler'schen Gesetze hier vorstellt, auch im Bild sozusagen der Bewegung, dann glaube ich, wird das relativ klarer. ein Bis zum nächsten Mal.